hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video im heutigen video möchte ich euch die insta in 8000 15 vorstellen das ist eine innenraumüberwachungskamera die sich ohne weiteres in euer smart home integrieren lässt ohne dass sie irgendwelche zwischen software dazwischen schalten müsst oder irgendetwas derartiges das ganze funktioniert relativ einfach über mqt wie das ganze funktioniert und wie die kamera so ist das stelle ich euch im heutigen video vor also bleibt dran und viel spaß mit dem video ach so und falls euch das video gefallen oder geholfen haben sollte denkt dran lasst einen daumen hoch da und ein abo so verpasst ihr kein weiteres video viel spaß mit dem video ok ihr spielt also mit dem gedanken euch eine innenraumüberwachungskamera zuzulegen wieso auch immer die insta kameras das besondere an ihnen ist dass sie sich ohne weiteres in den iobroker oder in euer smart home integrieren lassen das geht nicht bei allen kameras beziehungsweise mir ist keine andere kamera bekannt bei der es so einfach funktioniert wie bei den insta modellen die insta modelle verfügen seit kurzem über eine vollwertige integration per mqt das ging auch früher schon über die cgi befehle aber über mqt ist das ganze um einiges einfacher wie das ganze funktioniert möchte ich euch heute genauestens zeigen das heißt wie bekommt ihr oder wie aktiviert die mqt wie bekommt ihr das ganze in den iobroker und wie könnt ihr die informationen die ihr dann im iobroker habt auslesen auswerten steuern und so weiter und so fort also kein klassisches unboxing sondern auch ein bisschen tutorial oder ein großteil dieses videos wird vermutlich ein tutorial und nicht unbedingt das unboxing zur kamera an sich also das ist eine innenraum kamera die sich drehen lässt beziehungsweise die ist beweglich hier um die eigene achse in der horizontalen lassen sich um 350 grad drehen und in der vertikalen um 100 grad die kamera wie man unschwer erkennen kann ist eine wlan kamera verfügt über aber außerdem auch noch über einen ethernet anschluss und die kamera gibt es auch noch als poe version dann entfällt jedoch hier die antenne und das ganze lässt sich dann nur noch über das netzwerk kabel anschließen was hat sie noch hier hinten hat sie noch mal einen alarm ein und ausgang das heißt ihr könnt eine sirene oder ähnliches anschließen das ganze funktioniert einmal hier über einen klinken stecker da könnt ihr dann einen aktiven lautsprecher anschließen oder hier halt ist einmal ein potenzial freier kontakt um in irgendetwas zu schalten und ein relais womit ihr irgendetwas schalten könnt ja 24 volt maximal ein ampere wenn ich das richtig in erinnerung habe so was gibt es noch also die kamera hat hier drin einen 1080p panasonic wdr full hd sensor verbaut die kamera verfügt über ein zwei wege audio das heißt ihr habt hier vorne ein mikrofon und hier hinten sind die lautsprecher außerdem ist hier an der seite noch mal ein speicherkarten slot drin install liefert eine 16 gigabyte speicherkarte mit lässt sich aber austauschen beziehungsweise erweitern auf 1000 auf 128 gigabyte außerdem der allbekannte oder der bekannte insta bewegungsmelder oder per sensor der hier noch verbaut ist das heißt ihr könnt nicht nur eine bilderkennung machen dass ein alarm ausgelöst wird sondern ihr könnt das bild mit dem pir sensor koppeln und dadurch fehlalarme reduzieren nachtsicht das hier sind die infrarot leds für die nachtsicht der nachtsicht modus erreicht bis circa zehn meter also irgendwas um die fünf bis zehn meter die linse hier ist ein weitwinkel mit 90 grad und außerdem verfügt die kamera auch noch oder unterstützt das on fif protokoll und den upload der videos oder bilder auf einen ftp surfer auf die surveillance station also sie lässt sich dort auch integrieren alles kein problem und was auch noch relativ wichtig ist man kann hier privat bereiche markieren das heißt in diesen markierten bereichen wird nichts aufgezeichnet da wird einfach eine sagt man eine schwarze blende drüber gelegt und so könnt ihr irgendwelche bereiche die ihr nicht aufzeichnen wollt ausblenden das ist besonders wichtig bei den außenkameras aber auch bei den innenkameras macht das ganze sinn so außerdem wenn ein alarm kommt könnt ihr euch benachrichtigen lassen auf euer auf euer smartphone und ja die insta kameras ich finde das besondere an ihnen ist einfach dass sie sich ohne probleme in euer smart home integrieren lassen das heißt bei den anderen kameras ist es meistens so ihr müsst irgendetwas dazwischen schalten ich hatte das ja schon mal gezeigt dass man zum beispiel motion eye dazwischen schaltet um die bilder videos oder ja die alarm meldungen in euren in euer smart home zu integrieren das ganze entfällt bei den insta kameras durch diese mqtt support der seit kurzem verfügbar ist ihr könnt nämlich den alarm direkt ihr bekommt den alarm direkt in den iobroker gesendet könnte zum beispiel auch die kamera über den iobroker steuern oder ihn mit externen bewegungsmeldern koppeln oder ihr könnt zum beispiel sagen wenn ein alarm kommt soll das licht angehen rollos hochgehen oder was weiß ich was polizei anrufen oder ähnliches also die möglichkeiten sind sehr groß was diese kameras alles leisten können und das hebt sie halt auch ab von den anderen kameras die es auf dem markt gibt aber das ganze hat natürlich auch seinen preis denn diese ganzen features die die kamera bietet die lässt sich ins dann natürlich auch bezahlen und ja aber ich finde der preis der lohnt sich oder ist gerechtfertigt dafür was die kamera alles kann und es erspart halt einem sehr viel ärger wenn man die kamera ins smart home einbinden will oder in den iobroker so was ist noch alles im lieferumfang dabei also ihr habt einmal die kamera dann habt ihr hier so ein netzteil auf der einen seite usb anschluss und hier auf dieser seite ist so normaler stecker was mir relativ häufig passiert ist ins da denkt mal drüber nach oder ändert es mal irgendwie ich habe den so häufig hier in den kopfhörer ausgang reingesteckt weil er da perfekt rein passt und hat mich dann gewundert dass die kamera nicht funktioniert hat aber sie hat jedes mal überlebt es ist nichts kaputt gegangen also hier ist ein netzteil mit einem kabel ich glaube das ist irgendwas um die drei meter lang ich habe nichts in der bedienungsanleitung gefunden wie lang das ist aber es sollten drei meter sein außerdem gibt es hier noch mal so ein flaches netzwerk kabel das ist auch drei meter lang oder ungefähr drei meter lang dann habt ihr hier natürlich eine bedienungsanleitung das ganze in deutsch relativ gut beschrieben aber ich denke dies unnötig insta hat eine echt super webseite oder ein super tolles wiki aufgebaut wo alle möglichen informationen drinstehen also falls ich irgendetwas vergessen sollte oder irgendetwas ja falls sie irgendetwas wissen wollt was ich euch nicht erzähle guckt mal hier nach also das wiki von insta ist echt 1a was habt ihr noch dann habt ihr hier dann habt ihr hier noch so ein befestigungsteil was sie an die wand montieren könnt bzw um die kamera dann an der wand zu montieren und was habt ihr noch so eine bohrschablone dübel und schrauben und hier gibt es noch so ein objektiv veränderung ich weiß gar nicht wie das ding heißt hier steht objektiv justage ring das heißt das objektiv das hier drin verbaut ist das könnt ihr ja die könnt ihr verändern die sind mir jetzt gerade nicht sicher ich habe das im letzten video schon erzählt ich glaube auf 8 meter ausgelegt also scharfes bild auf 8 meter vielleicht ist es bei den innenkameras ein bisschen anders aber ihr könnt dann mit hilfe dieses adapters hier das objektiv verändern oder die schärfe näher oder weiter einstellen je nachdem was ihr fixieren wollte in was für einer entfernung könnt ihr das an den kameras machen das ist möglich dafür ist diese justage hilfe zuständig so ich hoffe ich habe nichts wichtiges vergessen und alles aufgezählt ansonsten ich würde sagen ich gehe jetzt an den rechner und zeige euch wie die bedienung einstellung und so weiter und sofort von der kamera am rechner aussieht denn man kann das ganze auch über die app steuern aber über den pc über den browser hat man sehr viel mehr einstellungen die man vornehmen kann und ja die app ist eigentlich mehr dazu gedacht um sich das ganze anzusehen und so ein paar kleinigkeiten zu triggern also alarm ein ausschalten oder pir sind so ein ausschalten nachtsicht und so weiter so kleinigkeiten lassen sich über die app steuern aber das wesentliche und der großteil der einstellungen lassen sich über den web browser am pc einstellen also bleibt dran ich zeige euch alles weitere jetzt am pc so da bin ich jetzt bevor wir loslegen müssen wir natürlich zuerst mal die insta kamera suchen entweder ihr wisst eure ip adresse die ihr von eurem router bekommen habt falls ihr die ip adresse nicht wisst gibt es von insta so ein kleines tool das heißt insta kamera tool da klickt ihr drauf und die das tool sucht automatisch nach der insta kamera und dann könnt ihr euch mit ihr verbinden standard passwort und benutzername ist insta und admin das müsst ihr dann nach dem ersten zugriff auf die kamera ändern das hatte ich schon gemacht und wenn ihr das gemacht habt dann seid ihr jetzt in der bedienoberfläche der kamera hier unten habt ihr die möglichkeit zwischen h 264 und ich bin mir nicht sicher vga modus oder ähnliches umzuschalten das problem ist dass das ganze hier über flash läuft und flash ist bei einigen browsers deaktiviert das heißt ihr müsstet es dann aktivieren damit es funktioniert ansonsten sieht das bild nicht so toll aus aber zum einstellen erreicht das vollkommen aus ich stelle aber hier um nicht dass es beschwerden gibt dass das bild von der insta kamera so schlecht ist ich meine die bildqualität in echt also auf bei den gespeicherten videos ist auch noch mal um einiges besser wie hier im browser habe es noch nicht verglichen müsste ich noch mal machen aber ich meine die videos die gespeichert werden sind noch mal ein ticken besser ok das hier ist jetzt die standard übersicht aller insta kameras bzw der neueren modelle ich glaube es gab auch mal ältere das sah dann ein bisschen anders aus ihr habt hier auf der rechten seite so ein paar shortcuts das sind so schnelleinstellungen was weiß ich was snapshot machen aufnahme starten oder stoppen hier insta wiki durchsuchen und das ganze könnt ihr dann auch ein bisschen verändern beziehungsweise ihr könnt das umgestalten indem ihr hier auf das fragezeichen klickt und könnt euch hier so ein paar shortcuts reinholen hier sieht man zum beispiel das relais könnte man sich jetzt hier reinholen und sagen wir mal hier den nachts sicht modus dann verschwinden aber jedes mal die anderen beziehungsweise ist nicht nachts sicht modus sondern der ja der modus zeige ich euch am besten gleich der modus dir des aussehens hier von der website verändert sich dann ok das hier ist das relais und wenn ihr drauf klickt gibt es hier so ein dark modus und einen hellen modus oder wie auch immer man das nennen will das hier sind die infrarot lichter dort könnt ihr halt jetzt war ich zu schnell die infrarot lichter und übernehmen und zu machen und dann könnt ihr umschalten zwischen infrarot modus und normale tag modus so dass sie ist jetzt der tag modus ohne die infrarot beleuchtung oder der nachts sicht modus ohne infrarot beleuchtung sagen wir es so schalten wir wieder ein ok die ganzen einstellungen die nötig sind die könnt ihr hier unter einstellungen machen hier könnt ihr auf die speicherkarte zugreifen oder euch hier ausloggen hier bei position könnt ihr die kamera bewegen die kamera kann bis zu acht positionen speichern das heißt ihr könnt die position entweder hier über diese zahlen auswählen oder ihr könnt die kamera hier über diese buttons steuern was man damit zum beispiel realisieren könnte wenn man das ganze in sein smart home einbindet ist dass wenn man zum beispiel auf der linken seite hat man einen bewegungsmelder und wenn der auslöst dann würde die kamera ja in diese position halt fahren wo der bewegungsmelder ausgelöst hat oder wenn es auf der rechten seite in bewegungsmelder wäre dann würde die kamera dorthin fahren und das kann man dann natürlich auch automatisieren ansonsten gibt es hier noch so eine horizontale tour oder eine vertikale tour hier kann man die bewegung jedes mal stoppen also wenn er hier jetzt fährt kann man mit diesem button die fahrt sofort stoppen wenn man irgendetwas sehen will oder irgendetwas gesehen hat und tour da kann man touren abspeichern und die dann immer zeitlich einfach anfahren ansonsten um so eine position zu speichern das ist ganz einfach wenn das hier jetzt zum beispiel position 1 ist dann will man das hier als position 1 speichern geht man hier auf dieses blaue kästchen und sagt position speichern und sagt dann das hier ist die heim die 1 wenn das hier die 2 sein soll klickt man hier auf die 2 dass sie die 3 dann wird das hier die 3 und dann kann man hier wieder auf position anfahren und dann sind die einzelnen positionen gespeichert und man kann sie einfach anfangen ok soviel zu der steuerung hier dass sie es selbst erklärt hoch runter links rechts und das wichtige oder das tolle an den kameras sind die einstellungen gehen wir dir alle mal kurz durch also netzwerk ip konfiguration ssl zertifikat runterladen wlan und fernzugriff fernzugriff insta bietet die möglichkeit die kamera per fernzugriff zur zu steuern das könnt ihr aktivieren oder deaktivieren oder hier einen drittanbieter dynamik dns server verwenden das habe ich zum beispiel aber das mache ich über vpn deswegen ist das bei mir nicht aktiviert so dann ist hier unser wichtiger punkt oder der wichtigste punkt das ist mqtt und zwar habt ihr jetzt verschiedene möglichkeiten ihr könnt entweder den mqtt broker des brokers benutzen das heißt dann müssen die einstellungen so aussehen wie hier ich habe hier einen anderen port eingetragen das ist einfach nur zum testen ihr müsst dann dort natürlich euren port eintragen hier oben kommt eure ip adresse des brokers und dann hat der mqtt broker in eurem broker vermutlich auch ein benutzernamen und ein kennwort und das tragt ihr hier ein ihr könnt auch den mqtt broker in der kamera benutzen das funktioniert auch ich habe das auch getestet das hat funktioniert aber ich habe es lieber dass alles über den iobroker läuft und deswegen habe ich das bei mir so gelöst wie das mit mqtt weitergeht das zeige ich euch gleich zuerst mal gehe ich die einstellungen durch und dann gehe ich näher auf das thema iobroker und mqtt ein so das ist das hier upnp und das onpfiff protokoll das heißt ihr könnt hier onpfiff aktivieren um die kamera zb mit einem drittanbieter app zu verwenden oder mit einer anderen software zu verwenden das könnt ihr hier aktivieren multimedia also audio einstellungen wie der name schon sagt kamera audio die lautstärke des lautsprechers video einstellungen hier könnt ihr einstellen was für eine auflösung die aufnahme haben soll hier könnt ihr zb zwischen also in diesem webview einstellen ob flash oder quicktime plug in verwendet werden soll das kann man hier machen dann ja ob es ein bewegtes bild sein soll oder normales jpeg format hier könnt ihr die auflösung ein die bitrate des videos einstellen also die auflösung wie gut die qualität sein soll und hier wie stark das ganze komprimiert sein soll eins wäre natürlich die beste auflösung weil am wenigsten komprimiert wird aber die datenrate steigt dann und kann dann auch passieren dass das wlan überlastet ist und ja es wäre natürlich besser die kamera per lan anzuschließen dann hier die bild wiederholungsrate ist jetzt auf 20 bildern pro sekunde eingestellt oder 20 frames per second das ganze lässt sich auf 25 oder auf maximal 25 einstellen und hier kann man halt einstellen vga qvga oder full hd lassen die einstellungen so wie sie waren die bild einstellungen hier bekommt ihr jetzt auch einen hinweis dass ihr bildveränderungen oder einstellungen des bildes nur für den aktuellen modus machen können das heißt wenn die kamera gerade im tag modus ist könnt ihr keine änderungen für den nacht modus vornehmen was ja logisch ist weil ihr könnt ja nicht irgendwas einstellen was ihr nicht seht also ich habe das ganze bei mir so gelassen auf den standard einstellungen und bin damit sehr zufrieden bild overlays hier könnt ihr einstellen den kamera namen was sie angezeigt werden soll bzw ob das eingeblendet werden soll oder nicht und den zeitstempel bzw die uhrzeit ob die angezeigt werden soll im kamera bild schließen wir das hier ist so dann kommen wir zur privatsphäre das ist sehr wichtig bei außen kameras aber auch bei innen kameras macht das sinn und zwar sind das ist das folgendes ihr könnt hier jetzt zum beispiel auswählen den bereich 1 2 3 oder 4 das heißt ihr habt vier möglichkeiten etwas aus zu blenden wenn wir zum beispiel hier das hier ausblenden wollen dann ziehen wir hier einfach in diesen kreis und dann wird das hier geschwärzt oder wir wollen nummer zwei dann wählen wir hier die nummer zwei aus und sagen wir wollen hier oben irgendetwas geschwärzt haben und wenn wir dann auf übernehmen klicken wird das ganze hier geschwärzt und man sieht nicht mehr was dort hinten ist wie gesagt bei außen kameras ist das wichtig weil man den ja nur das private gelände filmen darf aber öffentliche bereiche dürfen nicht gefilmt werden deswegen müssen die geschwärzt oder ausgeblendet werden damit keine leute sichtbar sind das kann zu problemen führen falls ihr das verwenden wollt um irgendjemanden zu überführen der euer auto zum beispiel zerkratzt hat so dann sieht das ganze so aus wie hier das sind diese privatsphären ich schalte das wieder aus ok weiter gehen wir in den reiter features rein dort könnt ihr jetzt zum beispiel hier e mail konfigurieren ihr könnt den vor konfektionierten ja insta e mail dienst verwenden dann läuft das ganze über den insta surfer oder ihr könnt was weiß ich was gmail oder ähnliches verwenden und verwendet dann euer passwort und benutzernamen von gmail und bekommt dann eine benachrichtigung falls ein alarm ausgelöst wurde hier könnt ihr dann zum beispiel einen ftp surfer einrichten wo eure videos oder die alarm videos alarm bilder gespeichert werden können denn es macht keinen sinn ein beweis auf der kamera zu ja zu speichern wenn ein einbrecher kommt sieht die kamera nimmt die kamera mit macht sie kaputt was auch immer nimmt die speicherkarte mit und dann sind die beweismittel weg deswegen ist es immer wichtig dass ihr das video material auch irgendwo extern nochmal speichert bzw hier in meinem fall jetzt den ftp surfer der fritz box so dass sie sind also die einstellungen für den ftp surfer bei mir hier ihr nachtsicht hier könnt ihr halt einstellen ab wann ab was für einem helligkeitsgrad umgeschaltet werden soll und ja ob die infrarot leds eingeschaltet werden sollen oder nicht oder das ganze per zeit steuern falls ihr irgendetwas nicht wisst was hier also was zum beispiel dieser cut filter bedeutet geht ihr einfach hier auf dieses fragezeichen und hier wird euch genauestens erklärt um was es sich dabei handelt was sie damit machen könnt und so weiter und so fort das gibt es für jeden einzelnen punkt hier oder jeden einzelnen menüpunkt könnt ihr dieses fragezeichen benutzen und euch wird genau erklärt was es damit auf sich hat super sache was insta da auf die beine gebracht hat mit diesen beschreibungen ok also pan und tilt hier ist die steuerung hier könnt ihr auch noch mal ein paar sachen einstellen hier ist zum beispiel diese alarm position die angefahren werden kann wenn ein alarm ausgelöst wird hier sind wieder diverse einstellungen ich kann jetzt nicht auf jeden einzelnen punkt angehen ansonsten sind wir noch ja wird das video extrem lang hier könnt ihr auch noch mal geschwindigkeiten anzeigen wie die fahrten nicht anzeigen die geschwindigkeiten einstellen und so weiter und sofort alles einstellbar manuelle aufnahme wie der name schon sagt hier könnt ihr die sd karte euch ansehen entfernen oder formatieren status leds hier könnt ihr die leds ein oder ausschalten damit sie nachts nicht stören dann hier unter alarm könnt ihr die aktionen festlegen was passieren soll wenn ein alarm ausgelöst wurde das heißt ihr könnt hier einstellen dass ihr per e mail benachrichtigt werdet hier könnt ihr sagen wie lang ein video sein soll ob es auf der sd karte gespeichert werden soll ob es ein upload per fdp geben soll oder ein upload in eine cloud das könnt ihr hier aktivieren außerdem ob ihr ein bild von dem ganzen haben wollt und außerdem könnt ihr hier einstellen wie viele bilder per e mail geschickt werden können maximal sind acht möglich das gleiche gilt hier für sd karte und für den ftp upload außerdem könnt ihr noch bei dieser kamera einen alarmton ausgeben das heißt wenn ein alarm erkannt wurde oder eine bewegung erkannt wurde wird über den lautsprecher nochmal ein alarm ausgegeben dann gibt es hier einen audio alarm aktivieren das heißt wenn ihr zum beispiel die kamera als baby phone benutzt könnt ihr benachrichtigt werden wenn ein geräusch erkannt wurde hier könnt ihr die relais aktivieren oder deaktivieren das heißt wenn ein alarm erkannt wird könntet ihr zum beispiel über dieses rd was drin verbaut ist irgendetwas ansteuern und könnt ihr sagen wie lange das angezogen bleiben soll das rd also 15 20 oder 30 sekunden hierbei pr sensor aktiv hier könnt ihr den pr sensor aktivieren und hier ganz wichtig hier könnt ihr den pr sensor mit einem bereich koppeln das heißt wenn ihr zum beispiel hier auf der linken seite sagen wir mal einfach hier auf ihr recht ecken mäßig den alarm bereich ziehen würdet und hier läuft irgendjemand vorbei dann wird das von dem per sensor ignoriert und nur wenn in dem ausgewählten bildbereich eine bewegung stattfindet nur dann gibt es ein alarm also das funktioniert richtig gut und erspart einem jede menge fehlalarme ok alarme eingang das ist das gleiche das ist ein potenzial freier kontakt den ihr verwenden könnt und hier könnt ihr sagen normally open oder normally closed ja wann das ganze auslösen soll oder wie das ganze ausgelöst werden soll so das sind die alarm aktionen jetzt kommen wir zu den bereichen hier könnt ihr jetzt verschiedene oder vier verschiedene bereiche auswählen wo auf bewegung reagiert werden soll das heißt ihr könntet wie ich bevor gesagt habe hier das hier aktivieren und dann wird wirklich nur in diesem bereich arbeitet dann auch der per sensor das heißt wenn hier irgendeine wärmequelle auf der rechten seite erkannt wird wird das ganze ignoriert und nur wenn sich hier etwas im bild verändert und der per sensor aktiv ist nur dann gibt es ein alarm außerdem könnt ihr hier mit diesem schiebregler hier noch die sensitivität einstellen das heißt wie empfindlich soll in diesem bereich auf bewegungen registriert werden oder wie empfindlich soll dort reagiert werden so das können wir übernehmen außerdem könnt ihr hier bei zeitplan noch einstellen wann was aktiviert sein soll das heißt hier könnt ihr zum beispiel auch die bereiche voneinander trennen das heißt bereich 1 und 2 zusammen und bereich 3 und 4 könnt für die unterschiedliche zeiten einstellen wann was passieren soll bei push benachrichtigungen hier könnt ihr euch über die insta app benachrichtigen lassen wenn ein alarm stattgefunden hat dann bekommt ihr halt auf euer handy eine benachrichtigung dass ein alarm ausgelöst wurde dann bei aufgaben gibt es hier einmal fotoserie das hatte ich einmal benutzt das blende ich euch jetzt nochmal hier irgendwo ein im video damit könnt ihr zeitraffer aufnahmen machen und die dann zu einem video zusammenbauen das funktioniert aber nicht mit der software die insta liefert sondern dafür braucht ihr dann eine externe software womit ihr dann aus den bildern ein video macht aber hier bekommt ihr dann wirklich hoch auflösende bilder werden hier gespeichert die ihr dann zu einem video zusammen schneiden könnt außerdem könnt ihr einstellen dass diese bilder dann per e mail verschickt werden sollen oder auf einen ftp surfer hochgeladen werden oder halt klassisch auf die speicherkarte hier könnt ihr auch wieder den zeitplan einstellen wann was passieren soll dann bei videoaufnahme könnt ihr hier eine daueraufnahme auf die speicherkarte aktivieren das heißt dann wird hier die ganze zeit aufgenommen und hier könnt ihr sagen dass alle x minuten eine neue datei angelegt werden soll damit die dateien dann nicht zu lang sind so dann bei system gibt es ja alles mögliche gucken wir uns das nochmal an also hier einmal wird mir jetzt angezeigt dass ein update verfügbar ist das können wir gleich nochmal zusammen durchführen dann seht ihr auch wie das funktioniert sich gerade das erste mal dass es ein update gibt ich hatte erst vor ich glaube einer woche ein update eingespielt aber gibt jetzt wieder ein neues also hier seht ihr eure daten der kamera netzwerk und download bedienungsanleitung und sowas so benutzer benutzer webui hier hatte ich euch ja schon am anfang gezeigt könnt ihr die kacheln anpassen datum uhrzeit wie der name schon sagt könnt ihr hier einstellen sprachauswahl system logbuch werden euch aktionen gezeigt oder was passiert ist hier zum beispiel dass der broker kontaktiert wurde weil eine bewegung in einem bereich stattgefunden hat so firmware update backup und restore hier könnt ihr ein backup erstellen und ja das ganze sichern neustart neustart und werks reset ist ein werks reset und da es ja ein update gibt können wir das gleich mal einspielen beziehungsweise gucken mal oder ich zeige euch wie das ganze funktioniert also klicken wir einmal hier auf update bzw hier update verfügbar jetzt bekommt ihr die info dann klickt ihr auf ok und jetzt ist warten angesagt jetzt warten wir dass die kamera neu startet so die kamera ist wieder da ok dann würde ich sagen wir gucken uns jetzt das ganze mal im iobroker an und ich zeige euch wie das ganze im iobroker funktioniert denn ich habe ja versprochen am anfang des videos dass ich mich mehr darum kümmern möchte und nicht so ein klassisches unboxing werbevideo machen möchte um eure kamera jetzt mit dem iobroker zu verbinden braucht ihr hier diesen adapter mqtt broker client achtung es gibt da zwei verschiedene versionen der eine heißt broker client und der andere heißt ich habe es vergessen gucken wir mal nach der heißt einfach nur client ihr braucht aber den hier ich benutze mqtd auch noch für andere geräte und hatte die kamera zuerst mal mit dem adapter oder mit der instanz 0 installiert aber mir ist die kamera beziehungsweise der mqt adapter hier ein paar mal über nacht abgeschmiert beim testen und deswegen habe ich mich entschieden das ganze über eine neue instanz laufen zu lassen ich weiß nicht woran der fehler lag deswegen wie gesagt einfach einen neuen adapter oder eine neue instanz installiert und habe das damit jetzt die letzte eineinhalb wochen glaube ich sind das jetzt her getestet und seitdem hatte ich kein einziges mal mehr einen ausfall oder irgendeine störung das lief perfekt keine ahnung woran es lag vielleicht verträgt er sich mit irgendeiner konfiguration die ich im anderen adapter habe nicht okay ihr könnt wie gesagt einmal testen mit der normalen mit eurem normalen broker falls ihr dort auch probleme haben solltet dann versucht einfach mal eine neue instanz zu installieren und test es so meine einstellungen für die insta kamera sehen folgendermaßen aus hier ganz normal surfer broker ausgewählt ich habe hier nicht subscriber ausgewählt sondern broker dann hier benutze auch websockets hier habe ich jetzt den port geändert zum testen auf 1900 der steht normalerweise auf 8883 oder irgendwie sowas die auswahl des portes bleibt euch überlassen ihr müsst nur darauf achten dass wenn ihr hier einen anderen port eintragt ihr natürlich auch hier in den mqt die einstellungen des der insta kamera natürlich das ganze auch anpassen müsst also hier steht 1900 drin und hier auch dann benutzernamen und kennwort muss der gleiche sein wie hier das heißt das müsst ihr auch darauf achten dass das passt ansonsten mqt die einstellung habe ich folgendermaßen gemacht das hier muss nicht sein ihr könnt hier aber in star schrägstrich raute eintragen dann werden nur topics von der insta kamera oder von all euren insta kameras abonniert hier steht bei mir mqt die punkt 1 punkt sternchen dann sende auch zustände hatte ich aktiviert und das hier trade ausgabe für jede meldung die werte hier unten die sind meiner meinung nach standardwerte da habe ich glaube ich nichts verändert so und wenn ihr diese einstellungen vorgenommen habt dann könnt ihr in objekte gehen und dann sollte wenn die kamera sich per mqt die mit eurem broker verbunden hat sollte hier dieser reiter auftauchen mit insta ansonsten worauf ihr achten müsst ist wenn der adapter hier gelb bleibt dann bedeutet es dass sich kein teilnehmer mit dem mqt die adapter verbunden hat deswegen bleibt er gelb okay dann in den objekten entstehen dann lauter datenpunkte die kamera spammt durch voll mit datenpunkten das heißt jede einstellung die ihr über den web browser vornehmen könnt könnt ihr auch hier über mqt die vornehmen hier gibt es jetzt zwei wichtige datenpunkte oder zwei wichtige ordner würde ich sagen das ist einmal der ordner alarm und einmal der ordner status im ordner status sind alle da alle ordner hier nochmal aufgelistet weil im ordner status wird euch nur angezeigt wie der status eines einzelnen datenpunktes ist also wenn ihr zum beispiel den per sensor aktiviert habt dann wird euch hier angezeigt ob er aktiviert ist oder nicht deaktiviert ist und falls ihr den per sensor aktivieren oder deaktivieren wollt müsst ihr das hier unter features machen oder alarm ich weiß jetzt gerade nicht wo der ist aber unter status bekommt ihr nur informationen gezeigt und unter den anderen punkten könnt ihr die sachen ändern ich zeige euch das ganze mal bei mir an der visualisierung ich habe hier mal einen view vorbereitet also hier diese alarmzone zum beispiel hier gehe ich auf den punkt der hier unter alarm zu sehen ist oder der hier drin steht und dieser haken hier zeigt mir einfach nur an ob der alarm aktiviert ist oder nicht denn wenn ich jetzt zum beispiel über den web browser die den alarm die alarmzone 2 aktiviere dann wird hier ein haken entstehen aber dieser schalter wird weiterhin auf rot bleiben und wechselt nicht in grün das kann man noch miteinander verknüpfen das würde auch noch gehen habe ich bisher aber noch nicht gemacht so ich habe mir hier für diesen view alle für mich wichtigen informationen zusammengebaut das heißt ich kann hier die einzelnen alarmzonen aktivieren oder deaktivieren kann die privatzonen ein oder ausschalten kann hier zum beispiel bei den privatzonen auch noch sagen was für eine farbe die haben sollen hier sieht man das jetzt ein gutes beispiel was ich hier oben erzählt habe ich hatte die aktiviert habe sie jetzt aber für dieses video gerade in der web oberfläche deaktiviert und deswegen stimmt der status vom schalten nicht überein mit dem wirklichen status das heißt ich müsste die hier aktivieren damit es jetzt wieder beides passt hier passt es dass es deaktiviert und hier ist auch deaktiviert das gleiche gilt für die empfindlichkeiten hier hatte ich mal eingestellt auf 30 aber die tatsächliche empfindlichkeit nachdem ich alles zurück gesetzt habe ist auf 50 wenn ich die empfindlichkeit hier ändern will hatte ich mir was gebaut dann kann ich das machen das heißt ich wähle hier 60 aus und dann wird auch in der kamera auf 60 geändert hier ist mal ein beispiel wo man dann auch mal was sieht wenn ich hier die private zone 1 aktiviere dann wird sie hier im bild aktiviert der haken kommt dass sie aktiviert ist und hierüber kann ich zum beispiel auch noch die farben ändern was für eine farbe das ganze haben soll und das gleiche gilt hier für diese anderen privatzonen ich kann die alle aktivieren und kann hier dann auch die farbe ändern je nachdem was die haben soll kann ich eine verschiedene farbe auswählen das bleibt euch überlassen was ihr da auswählt das hatten wir noch nicht gelb außerdem kann ich hier die einzelnen positionen einfahren das heißt hier position 1 position 2 position 3 und so weiter und so fort hier kann ich eine horizontale tour zum beispiel starten fährt die kamera einfach einmal drumherum kann das ganze hier über diesen button stoppen oder eine vertikale tour das funktioniert auch oder hier eine vorgespeicherte tour habe ich aber jetzt keine gespeichert deswegen funktioniert das ganze nicht manuell kann ich hier über diese pfeiltasten natürlich auch ändern außerdem kann ich hier eine aufnahme starten das heißt wenn ich hier diesen button drücke dann wird ein einminütiges video auf der speicherkarte aufgenommen wenn ich möchte dass das ganze ja auch auf den ftp surfer aufgenommen wird und ich eine alarmmeldung erhalte das ist das was ich bevor gesagt hatte dass man zum beispiel das ganze mit einem externen per sensor verknüpfen könnte dass dann irgendetwas passiert das ganze simuliere ich hier über diesen taster oder über dieses symbol hier und wenn ich hier drauf drücke dann passiert nämlich folgendes es wird einmal ein alarm ausgelöst ich blende euch das jetzt auch noch mal ein dann bekomme ich auf dem handy eine benachrichtigung dass ein alarm ausgelöst wurde ich habe mir das ganze einmal per telegramm zuschicken lassen und dann gibt es das ganze auch noch mal hier über die insta app wird euch das ganze auch angezeigt die videoaufnahme könnt ihr euch dann hier auch ansehen auf der speicherkarte das ganze sieht dann so aus hier sind die einzelnen tage dann ist das ganze unterteilt in bilder und videos und unter videos ist hier aktuelle uhrzeit dieses video können das ganze mal kurz runterladen und uns das angucken und jetzt sehen wir hier einfach ja was ich gefilmt habe die rückseite bzw wand und ein stuhl so also dieser alarm wurde jetzt durch die visualisierung getriggert das heißt jedes mal wenn ich hier jetzt drauf drücke oder einen externen bewegungsmelder anschließe würde hier eine aufnahme starten und hier bekommt eine push benachrichtigung dieser punkt der wurde erst vor kurzem aktiviert den gab es vor kurzem noch nicht das ging nicht aber das ist jetzt möglich ok was vielleicht ein bisschen komplizierter ist ist folgende sache und zwar wenn ihr hier zum beispiel etwas aktivieren oder deaktivieren wollt hier ist es jetzt einfach hier tragt ihr eine 1 1 das bedeutet dass es aktiviert ist aber wenn ihr zum beispiel die kamera nach rechts oder links fahren wollt das ganze funktioniert hier über den ordner features und ptz und hier move step hier ist es jetzt so dass ihr wenn ihr die kamera zum beispiel nach rechts fahren lassen wollte dann müsst ihr hier reit eintragen wenn ihr nach links dann erlebt oben unten up and down so weil man das alles nicht wissen kann gibt es von insta ein kleines wiki wo drin steht was alles eingetragen werden kann und zum beispiel ist es hier bei features ptz move steht dann was dort alles eingetragen werden kann das heißt ihr könnt left right down up stop focusing und also focus in und focus out eintragen beziehungsweise zoom out und zoom in je nachdem ob die kamera das unterstützt oder nicht den link hier das ist der hier wiki erweiterung insta mqtt broker mqtt api und hier gibt es alles was ihr wissen müssen beziehungsweise sehen könnt hier sehen was ihr alles an befehle schicken könnt das ganze ist hier auch noch unterteilt in network multimedia features alarm task und system im endeffekt das gleiche wie hier auf der der auf der web oberfläche das heißt alles was es hier gibt gibt es theoretisch auch hier als mqtt befehle ich bin natürlich nicht alle durchgegangen aber es sollten fast alle alle datenpunkte oder alle erweiterung sollten hier möglich sein okay zu meiner wiss die ist relativ einfach aufgebaut ich habe hier einfach nur ein paar schalter und an diesen schaltern also das hier ist jetzt der schalter gehen wir mal dorthin also ich habe hier in diesen move daten punkt genommen also features ptz move raw und trage hier dann einfach stopp ein und dann wird dieser befehl per mqtt an die kamera weitergegeben und die kamera stoppt ihre bewegung hier bei horizontal habe ich ein widget mit drop down menü gewählt und hier sind die werte zum beispiel hscan oder vscan und tour und dann habe ich hier einfach nur den text eingetragen horizontal vertikal und tour diese ganzen punkte hier die habe ich schon in einem video in einem vorigen video erklärt deswegen gehe ich jetzt nicht mehr ganz so genau auf diese punkte ein ich blende euch das nochmal ins video ein dann könnt ihr euch das video angucken wo ihr genau seht wie diese drop down menüs gestaltet werden können ansonsten die anderen sachen hier das sind einfach nur normale drucktaster dass sie ist jetzt ein hq widget das sieht man hier oben das heißt hier auf der rechten seite hq widget auswählen und dann was hier einfach nur ein on off button und dem habe ich ein anderes aussehen verpasst und hier ist es so zum beispiel bei ab trage ich hier einfach ab ein und hier rechts right und left left und der datenpunkt ist immer dieser features ptc move step raw und dort trage ich das hier ein bei den einzelnen positionen das heißt diese vordefinierten position wo er hinfahren soll ist es so dass die position 1 muss man null eintragen also ich habe so gemacht dass ich null in beide felder eingetragen habe dass sie es wieder so ein ganz normales hq widget und position nummer zwei ist die 1 position nummer drei ist die zwei also das ganze ist um 1 versetzt einfach darauf achten dass hier diese alarm start stopp ist wieder ein hq widget und hier ist der befehl für die aufnahme 60 das bedeutet er nimmt dann 60 sekunden auf ich hatte das ganze auch mal ich bin mir jetzt nicht mehr sicher mit true glaube ich getestet oder mit 1 und dann nimmt der kontinuierlich auf beziehungsweise stoppt nach der maximalen länge die man eingestellt hat also wenn ihr hier 60 eintragt dann wird nur eine minute video hier auf eure speicherkarte aufgenommen push alarm hier habe ich einfach nur 0 und 1 wobei der alarm halt durch die 1 ausgelöst wird man muss ihn nicht zurück auf 0 schreiben aber da ich mit diesem datenpunkt in einem block le weiter arbeite deswegen schreibe ich den automatisch wieder zurück das heißt ich habe hier taster aktiviert bei diesem hq widget und dann wird einfach nur es halt so eine taster aktion wird gestartet ihr seht auch hier wieder den datenpunkten den ich hierfür ausgewählt habe das heißt hier ist es im datenpunkt ordner alarm und dann push alarm raw und dort tragt ihr dann einfach eine 1 ein und dann bekommt ihr eine benachrichtigung so dass hier dieser schalter das ist ja hier ist einfach nur immer 0 und 1 das heißt hier steht einmal die area das heißt soll dieser alarm bereich aktiviert sein ja nein ich empfehle euch die alarm bereiche die kann man auch über die wiss programmieren das heißt ihr könnt hier die koordinaten eingeben und sagen von 0 bis was weiß ich was hier ist 900 oder sowas in der mitte und bis hierhin dass das hier ein alarm bereich ist also ihr müsst die xy koordinaten eingeben aber das ist relativ umständlich und ich finde das muss man auch nicht unbedingt über die wiss machen das kann man ganz normal hier über die web oberfläche machen ist viel komfortabler aber es ist komfortabler hier diese bereiche zu aktivieren oder deaktivieren indem ihr das an eurem smartphone oder das ganze dann natürlich automatisiert macht in dem zum beispiel ihr habt eure anwesenheitserkennung und dann schaltet ihr die alarmzonen mit der anwesenheitserkennung ein oder aus wenn ihr zu hause seid oder nicht und das gleiche könnt ihr auch zum beispiel mit den privatzonen machen wenn ihr zu hause seid blendet ihr einfach hier eine komplette privatzone drüber oder lasst die kamera in eine position fahren wo sie euch nicht filmen kann oder ihr schaltet sie halt mit einer steckdose aus das bleibt euch überlassen aber das sind so die möglichkeiten wofür man dieses mqtt benutzen kann ok also das hier ist der alarm bereich wie gesagt einfach nur area sind hier die verschiedenen bereiche wir haben ja vier stück deswegen area 1 bis 4 audio alarm könnt ihr hier aktivieren oder deaktivieren per aktivieren oder deaktivieren und hier die privatzonen aktivieren oder deaktivieren und ihr habt noch die möglichkeit die privatzonen farblich zu ändern ich weiß gar nicht wo das in dem in dem menü hier möglich ist mein ich habe das noch nicht gesehen dass man hier die privatzonen die farben ändern kann ich wüsste nicht wo das hier geht also aber über mqtt ist das ganze möglich hier habe ich mir auch wieder einfach nur eine ja ein drop down menü erstellt und hier die farbcodes für die einzelnen farben reingeschrieben und habe dann hier unten den text angegeben damit ich weiß um welche farbe es sich handelt da ich den hex code nicht auswendig kann so ansonsten das hier hier starte ich die kamera nochmal neu das geht auch und hier wie gesagt das hier sind die status werte hatte ich mir das hierhin gemacht das heißt hier ist immer nur der status sichtbar das hier status von alarm area number one und hier zum beispiel der status vom alarm die intensität oder die sensitivität was da eingestellt wurde weil wie gesagt hiermit stellt man ein und hier mit den status ordnern sieht man was in der kamera eingestellt ist oder nicht ich demonstriere euch das ganze nochmal hier anhand der wisst damit ihr besser versteht was ich damit meine so ich habe dir jetzt hier mal nebeneinander gelegt also das ist beides live bild links ist die kamera an sich und hier ist unser view und wenn ich hier zum beispiel die privatsphäre beziehungsweise den bereich 3 und 4 deaktiviere und hier unten auf übernehmen klicke dann seht ihr dass hier die status häkchen dass die weggehen aber dass hier der schalter weiterhin als aktiv angezeigt wird das gleiche ist wenn ich das hier aktiviere also bereich 3 und 4 im bild hier werden sie aktiviert aber hier in dem webübersicht ist das ganze noch nicht angezeigt hier der status wurde aber geändert da muss ich einmal hier herausgehen aus dem view beziehungsweise aus der einstellung und wieder rein und dann ist das ganze hier aktiviert das gleiche hier nochmal wenn ich das die aktiviere bereich eins und zwei und dann hier ist das ganze jetzt noch aktiv gezeichnet und wenn ich auf übernehmen klicke dann ist das ganze hier deaktiviert aber die schalter sind noch auf aktiv das ganze kann man mit einem blockley abändern aber wenn man nur in der visualisierung mit dem ganzen hier arbeitet dann muss man da keine verknüpfungen stellen denn entweder man ändert es auf der web oberfläche oder auf dem vis view und da ich nur auf dem vis view ändere brauche ich diese verknüpfung nicht aber ansonsten wäre es einfach eine einfache verknüpfung wenn sich der status von dem hier ändert soll auch das hier geändert werden also kein hexenwerk ok das sollten jetzt mal so ein paar so ein kleiner überblick sein was alles möglich ist das ganze ist hier noch nicht fertig ich habe das erst vor einer woche oder eineinhalb wochen begonnen und deswegen ist es noch nicht perfekt aber damit ihr eine vorstellung davon habt was mit den insta kameras möglich ist reicht das allemal aus und ja ach so eine sache habe ich vergessen und weil nach der hatte ich auch einige zeit selber gesucht und zwar ist es wie man die kamera beziehungsweise das kamera bild hier rein bekommt das möchte ich euch auch noch mal kurz zeigen und zwar könnt ihr hier ganz normal den ja von diesem adapter hier jq mfd das kamera bild benutzen oder diese moment ich zeige es euch dieses widget das ist hier ganz unten und das müsste irgendeins dass sie sein html5 also das oder das ich bin jetzt gerade nicht sicher testet es einfach aus ich meine es ist das hier und jetzt zieht es ganz normal rein und der link das ist das wichtige was ich euch sagen wollte oder zeigen wollte dass sie es eure ip hier adresse der kamera dann gefolgt von tmpfs snap und dann jpg und das wichtige ist das hier fragezeichen gefolgt dann von einem usr gleichheitszeichen username und pwd gleichheitszeichen euer passwort und dann wird euch hier das bild angezeigt ich blende euch das ganze auch noch mal in groß ein damit ihr wisst wie ihr das machen könnt das ganze funktioniert aber auch hier über ein normales image das heißt hier unter basic image und dann tragt ihr hier euren fahrt ein und dann wird euch hier auch ein live bild angezeigt und hier könnt ihr dann halt auch einstellen in was für einem zeitraum das bild hier aktualisiert werden soll aber ich meine wenn ihr das image hier auswählt also diesen dieses widget dann fängt das bild immer an zu flackern und das ist hier mit diesem kamera widget nicht der fall wenn mich nicht alles täuscht hatte ich das oder ich erinnere mich zumindest dass es mal so war okay dann haben wir das hier auch abgeschlossen oder das habe ich euch dann auch gezeigt ich hoffe ich habe nichts vergessen und ihr habt gesehen was für eine mächtige kamera die insta kameras sind mit diesem mqt support ist es wirklich kein problem das ganze in euer smart home einzubinden ich blende euch jetzt auch noch mal ein zwei drei videos ein wo ihr euch über die qualität der kamera ein bild machen könnte das heißt einmal ein bild bei nacht oder ein video bei nacht 1 2 tag und ja so könnt ihr euch mal wie gesagt einen überblick verschaffen was die kamera alles kann und wie die bild qualität ist so ich hoffe das video war euch nicht zu lang aber viel kürzer ging das wirklich nicht und ja beim nächsten mal wird das video wieder kürzer also ich hoffe ich konnte euch mit dem video helfen und es hat euch gefallen würde mich freuen wenn ihr ein abo und einen daumen hoch da lassen würde bis zum nächsten mal macht's gut und viel spaß mit eurem smarten zu hause bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020